Moin Leute was geht hier ist wieder der Geist in dem heutigen Video möchte ich euch einen neuen Glitch Spot auf Split zeigen und zwar wie ihr hier oben auf die Satellitenschüssel drauf könnt und zwar was ihr dafür tun müsst ihr geht hier nach oben dann geht ihr zur Seite hier ihr dascht einmal nach vorne Leute und springt zweimal Richtung Schüssel und von ihr aus habt ihr ganz B im Auge dieser Spot ist sehr effektiv weil niemand halt damit rechnet ich werde euch jetzt auch am Ende noch mal ein Clip einblenden wie stark dieser Trick eigentlich sein kann ja das war es dann auch schon Leute falls euch das Video gefallen hat schreibt es mir in die Kommentare haut den Daumen nach oben und ansonsten bis zum nächsten mal ciao Angreifer gewinnen so einfach so einfach